Gruppe Peel, die zweite Mannschaft, erster Linke in der DDR, tatsächlich mal im EM-Haltziel heute gewesen, 1997, also es gibt nichts Nettenswertes durch die Spanier. Und die zweite Mannschaft, erster Linke in der DDR, tatsächlich mal im EM-Haltziel und die zweite Mannschaft, erster Linke in der DDR, also es gibt nichts Nettenswertes durch die Spanier.